So, herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Wir kämpfen mal wieder gegen den Veteranen, als ob, Alter. Ich hasse es. Und warum war er so schnell? Und wieso ging der nicht rein? Lack für mich, Lack für mich. Scheiße für ihn. Hm. Nie kann ich Glück haben. Aber ich habe wenigstens im Bus. So, wir haben uns hier noch. Damit er keinen hat. Das war nicht die beste Option. Oh, man kann fliegen. Das ist natürlich spannend. Ich, ich kann den Ball aber nicht treffen. Also, wir fliegen auch nicht unbedingt viel. Oh mein Gott. Ähm. Als ob. Diese ganzen Leute, die haben für die ganze Zeit immer, äh, nur darauf warten, dass du einen Fehler machst und die dann ein Tor machen. Und ich habe eine Parade gemacht. Schön. Ähm. Es gibt nach wie vor... Geht er rein? Geht er? Geht er? Please. Nice. Der war... Wow. Wow. Such impressive. Such impressive. Much wow. Elder. Nice. Ja. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum, wenn ich in Rocket League Wow sage, dann... Nicht dieser Wow-Typ kommt mit dem Greenscreen. Das liegt daran, dass ich in Rocket League nicht irgendwie so Editing-Bullshit reinmachen werde. Als ob ich den nicht getroffen habe. Rocket League ist halt so... Einfach nur Gameplay. Und ich schneide nur die Runden zusammen. Aber das ist halt nicht wie in Minecraft, dass ich halt extrem viel schneide. Und deswegen kommt hier halt auch nicht solche Leute rein. Oder sowas halt generell. Als ob der reingeht. Nee, geht auch nicht. Schön. Das war Lack, weil ich halt kein Wurst. Hm, das war dafür nicht so viel Lack. Okay, das war mein Tor. Eindeutig mein Tor. Ähm, er hat kein Spielerbild. Könnte es sein, dass er, äh, in Richtung Xbox spielt? Weil wenn ich mit Leuten von PC spiele, dann haben die auch immer dieses Spielerbild. Dieses Rocket League Bild halt. Kann ja sein, dass es bei ihm auch so ist, weil er auch kein Xbox-Spieler ist. Aber ich habe gedacht, man kann nicht ranked spielen. Ja doch, ich glaube, man kann ranked spielen, nur nicht im Party. So war das. Ich glaube, so war das. Das war schlecht von mir. Ah, scheiße. Hätte ich ihn besser outplayed. Hätte ich ihn besser reinbekommen ins Tor. Das war ihm nicht gut. Das ist ein Tor. Für ihn. Eindeutig. Obwohl, der kriegt er nicht nochmal. Als ob er immer... Oh. Immer dieser Zweikampfgewinne. Aber für Veteranen stellt er sich halt richtig schlecht an, eigentlich. Wenn man mal den Veteranen vom letzten Mal sieht. Den Easy Game. Also das war ja nicht letzte Folge, das war ja vorletzte Folge. Aber trotzdem, der hat um einiges besser mich outplayed. Okay, der hat mir auch geholfen, aber er trifft nicht. Easy Game hat ja alles getrunken. Da kannst du ja gar nichts sagen. Ähm. Ich wollte gerade sagen, irgendwie AFK oder so. Nice. Gut, den haben wir. Ist der drin? Der ist drin. Nice. Der war auch wieder wow. Aber ich will ja nicht flamen. Das haben wir ja schon mal geklärt. Okay, doch. Wow. Der war nice. Ich hab immer noch keine, äh... Das wäre eine Parade im... Schnellchat. Das hab ich rausgenommen, weil es mich genervt hat. Ich hab's eh nie gebraucht und jetzt brauch ich's einfach. Wow. Ironie. Wow. Damit euch nicht wirklich nice aim bekommt. Oh leil. Alter. Kannst du nicht mal früher spielen, wenn ich denke, du spielst? Schaut mal hier. Er trifft ihn so, ich denke mir nur so, okay, jetzt spiel er, jetzt spiel er, ich springe und er spielt ihn einfach eine Sekunde später. Ist doch nicht sein Amst. Aber ich lieg vorne. Nee, nee, tue ich war nicht. Er steht 2-2. Hier gedacht, es wäre sein erstes Tor. Hey, lol. Seit wann wäre ja schon ein Tor. Seit wann treffe ich den Ball nicht? Seit wann macht er jetzt noch ein Tor? Als ob. Als ob der jetzt noch gewinnt. Ich spiel die ganze Zeit viel besser als er. Oder, ja, glaube schon. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich besser gespielt hab. Aber alter. So. Und er hat einfach viel mehr Punkte als ich. Alter, warum lag ich auf dem Kopf gerade? Ja, dann verrückt's hier. Ein bisschen Punkte bis schnott. Schnoch, schnoch. Kann ich jetzt mal bitte noch ein Tor machen und auffall mich so scheiße zu drehen? Als ob er den jetzt kriegt. Er kriegt die ganze Zeit nichts und dann kriegt er den. Alter. Jetzt gib mir noch ein Tor. Ja, jetzt mach ich jetzt noch ein Eigentor. Ja, ja. Safe. Als ob, alter. Als ob. Was ist denn mit ihm los? Junge. Du bist doch Veteran. Das heißt, du kannst mir jetzt... Ja, du bist wahrscheinlich um die 18 Level höher als ich. Weil 1 und 2 plus 18 sind 39. Das hab ich in der Schule gelernt. Ich bin gut in der Mathe. Aber alter als ob. Als ob er die ganze Zeit hinten liegt, nichts trifft und jetzt in den letzten paar Sekunden einfach die Ultra... Ja, genau. Jetzt packst du wieder nichts aus. Als ob, alter. Als ob er die ganze Zeit scheiße baut. Dann macht er ein paar Tore easy peasy. Dann baut er wieder scheiße. Alter. Ich bin schon wieder die abgestiegen. Das ist nicht toll. Und ich hab ein Verkehrsspielchen bekommen. Oh, es ist ein ungewöhnlicher Daraufsatz. Ne. Nur wenn der Heiligenschein ist. Dann nehm ich den gerne. Gut. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal wieder. Und bis gleich. So, hier sind wir wieder. Und wir kämpfen gegen... Adele. 1996. Okay. 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 Das war schlecht von dem. Ich hätte ja locker verwandeln können. Obwohl ich den eh auch nicht getroffen. Also ich... Ich sag immer, die sind schlecht. Aber... Safe hätte ich den selber nicht getroffen. Und dann flamme ich die hier immer zusammen. Also das ist schon ein bisschen... Nein, als ob. Schade, ich bin nicht hoch genug gekommen. Und aus der Position ist auch scheiße zu fliegen, also. Warum spiele ich immer nur an die Seite? Das ist mir ja schlecht. Als ob er den kriegt. Was will ich da machen? Was soll ich da machen? Bitteschön. Und ich bin mir sicher, Adele wird nicht so geschrieben, aber... Wie soll ich sonst was sprechen? Adele oder was? Also ich... Ich meine die Sängerin, Adele wird nicht so geschrieben, oder? Habe ich das jetzt falsche Erinnerung? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wird nicht so geschrieben. Als ob, Alter. Als ob, Pfosten! Willst du mich verraschen? Spiel, willst du mich verraschen? Jetzt noch der eh ein Tor. Nein. Und ich habe ihn selber gemacht. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich hasse dieses Scheiß-Game. Schöne ich das an. Ich denke mir nur so, okay, nein, du machst nichts und dann treffe ich ihn einfach selber. Aber was will ich da auch machen? Sobald der Zerstörung steht, ja, dann habe ich den Ball auch im selben Moment schon berührt, weil wenn kein Widerstand mehr da ist, ist der Parade als nächstes Ziel, gell? Ist ja klar. Ich hasse das Game gerade. Also eigentlich, eigentlich müsste ich schon ein Tor haben. Komm, ein Game. Ist ein bisschen nett von mir. Jetzt. Alter, jetzt nicht mal ein Boost. Äh, ja, was will ich da machen? Hier, hallo. Wenn er einfach nur so richtig... Was hat er eigentlich für ein Auto? Wie das, äh, Rotterg oder so? Weiß er so? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich muss das gar nicht versuchen. Am besten einfach aufgelenken gehen und nie wieder die Spiele anfassen, weil ich verliere hier eh Achseln oder so ein Chat. Okay. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht von dir. Aber ich kriege hier kein Tor. Okay, ich hab ein Tor gemacht. Das finde ich such impressive. Wow. Such impressive. Much wow. Nice. Gut. Ähm. Wir müssen noch zwei Tore machen. Sonst wird das ja nichts. Und ja, als ob du den machst. Okay, das war schlecht von dir. Aber ich weiß, wie das ist. Ich hatte das auch schon öfters. Okay, ich weiß nicht, wie das ist. Das ist natürlich auch schon öfters. Was will ich da machen? Was, was, was will ich da machen? Hier. Ich bin einfach so ein Lappen und treffe den Ball nicht. Ich, ich kann, ich kann, ich bin zu dumm dafür. Ich, ich kann dieses Spiel nicht. Ich bin einfach zu doof für das Spiel. Es gibt nur ein Spiel, was ich kann. Und das ist Minecraft. Und das ist Probeschieße in Minecraft. Also auch nur den kleinsten Teil von Minecraft. Oh hey. Ich bin schlecht in jedem Spiel. Okay. 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 Hey, er hat mir mal einen Pass gespielt. Schöner Junge. Und den hat er und macht den rein. Ah, der hat den nicht reingemacht. Aber er hat ihn. Gut prognostiziert. Ah, der hat er aber nicht drin. Aua. Der ist eh nicht drin. Jetzt immer noch nicht. Als ob, Alter, der wäre aber so nicht drin gewesen. Und er hat ihn noch gegen Pfosten, dass es noch viel knapper aussieht. Ist ja nicht sehr nennst. Ja, spiel ihn nicht weg. Prost. Danke. Ja, okay, okay. Ich fahre doch gerade auf. Ich liege einfach drei Tore hinten. Weil, äh. Weil, warum? Warum fahre ich nach hinten? Ich hab Gas gegeben. Alles klar. Was ist das für ein Looping gewesen? Alter, der Mann ist. Damit man wieder hoch von eigentlich springen kann in diesem Game. Und wie schön man Tore machen kann. Das fand ich gut. Wow. Bei jedem Toil den Verbau schreiben. Einfach so, 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 Standard. Alter, Gewitter, hör auf. Easy drin. Easy drin. Junge, ich hatte ein komplettes Spiel, wo ich das machen musste. Also, vertrau mir, ich kann das. Einigermaßen. Oder ich treffe Latte. Oder ich treffe gar nicht. Das ist natürlich auch eine gute Option. Alter, wie ich den Ball kommen sehe. Wegen der Sonne. Im, im Game natürlich. Nicht Out of Game. Out of Game gibt's auch Sonne, aber die scheint hier gerade nicht rein. Weil um die Uhrzeit scheint hier keine Sonne rein. Der ist drin. Der ist nicht drin. Der hat er. Der hat er. Den hat er auch. Okay. Left beam. Komm, noch eine Minute für ein Tor. Das werde ich wohl hinkriegen. Also, wenn er wieder ein Tor macht. Dann bin ich im Arsch. Aber. Schön, dass er mich gedreht hat. Da muss ich mich nicht drehen. Das war schlecht. Okay, das war, das war wiederum gut. Alter. Wie trifft er die so gut? So, jetzt lass mich auch mal ein Tor machen. Guck mal, Junge. Wieso treffe ich den Ball nur so scheiße? Was, was soll ich da machen? Das ist ein perfekter Tor schaust und ich hab kaum Bus. Komm. Da kann ich nichts machen. Schuldig das an. Ja. Wow. Ich hasse es, wenn irgendjemand so was macht. Obwohl ich das meistens wahrscheinlich auch mache und gar nicht mitbekomme. Wieso bin ich so scheiße im Balltreffen? Also, ihr müsst euch vorstellen, ich spiele so ungefähr jeden Abend so ungefähr so, keine Ahnung, 23 Uhr. Also, nicht jeden Abend, aber in letzter Zeit öfters mit ein paar Jungs immer Rocket League. Und. Äh, da treffe ich einfach alles. Ich ziele sogar alleine, also ich alleine gegen zwei ziehe die ab eigentlich. Relativ. Relativ. Manchmal auch nicht. So, und. Da treffe ich eigentlich auch fast alles. Und dann spiele ich hier ranked und ich treffe gar nichts mehr. Als ob es an der Target-Seite liegt, dass ich, äh, ähm, Rocket League ja frühs aufnehme und abends spiele. Bei mir kommt man sofort, ob es daran liegt. Na gut, das ist das Ende. Ja. GG, Junge. GG. Ja, okay, wenigstens bin ich nicht upranked. Äh, downranked meine ich natürlich. Ja, upranked. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe den Paladin Blitz bekommen. Oh, hey. Gut, dann würde ich sagen, wer ist das hier mit der Folge Rocket League. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Ähm, lasst den Daumen nach oben da und den Abo, damit ich wieder gesund werde, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich bin immer noch krank, so wie im letzten Match auch und da würde ich sagen, guckt bei anderen Projekten vorbei auf meinem Kanal und bis zur nächsten Folge und ciao.